Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ranch Simulator. So, wir haben ja die dritte Kuh geholt. Das ist super. Jetzt hätten wir gerne nur noch... So, wir schauen uns das nochmal an. Ja, so viel Geld haben wir noch nicht, dass wir es jetzt bereits verwenden können. Aber, wenn das so wird, wie ich es mir vorstelle... Und nein, ich habe mich nicht eingelesen. Ich habe... Aha. So, wenn man hier, besser gesagt hier, Getreidespeicher füllen um 300. Nicht genug Geld, das ist es. Weil dieser Getreidespeicher füllt... Moment, machen wir mal zu. So, der füllt diese Tröge hier. Diesen da, da ist zum Beispiel nichts drin. Dann diesen da, da ist was drin. So. Melken wir mal die Kuh. So. Immer schön melken. Ja. So, bis der Kübel voll ist. Yeah. Super. So. Das ist nicht, weil die Kuh schreit, dass ihr was wehtut. Aber, äh... So. Heute will ich gedrückt. Heute will ich gedrückt. So, die ist da, die haben wir gewolken. Die ist da, die haben wir eingesperrt. So, dann hier. Heute um melken zu drücken. So, dann fehlt uns nämlich nur noch die weiße Kuh. Die weiße Kuh gibt natürlich weiße Milch. Das ist super. So wie lila Kuh natürlich Lilamilch gibt. Oder Schokolade. Ja, sehr schön. Ich freue mich auch, dass du fertig bist. So. Dann haben wir hier. Milch einschütten. Wunderbar. Dann haben wir dich. Gut, dass du kommst, meine Liebe. So, mit dem Melken beginnen. Dann haben wir hier. Wahnsinn. Super. So, danke fürs Mitmachen. Oh, ist das ein Riesenschwein. Schon größer als die Kuh. Echt heftig. So, Milch einschütten. Dann würde ich sagen, den lassen wir da stehen. Den stellen wir mal raus. So, wir haben die Eier abgeholt. Holen wir uns ein dickes Schwein oder gehen wir einmal noch jagen? Weil ich würde das mit den 300 gerne heute machen. So, dann würde ich sagen, wir holen uns mal den Korb. Kohab. Da ist er. Da ist der Kohab. Und er ist leer. Wunderbar. Über Nacht. Einmal gespeichert. Ausgestiegen. Und der Korb ist leer. Super. Ach ja. So. So verliert man natürlich auch seine Eier. Das klingt auch komisch, oder? Da hätte ich gleich Lust, ein Schwein zu schlachten. Können wir natürlich auch machen. Aber wäre mir etwas unangenehm. So. Wahrscheinlich sind Schweine auch. So, dann hätte ich gesagt, wir jagen einen Bären. Beziehungsweise zwei. Das müsste ich dann ausgehen für die 300. Denke ich mal. So. Ah, wie cool. Jetzt sind die ganzen Tierchen bei uns. Schlachte doch wieder ein Schwein. Ja. Können wir dann zum Abschluss vielleicht nochmal machen. Wieso Abschluss? Na ja. So, ich glaube, wir können. Können wir hier? Jedes Mal. Jeden Tag einmal. Na klar. Da geht es zu Bärenfahren. Wo die glücklichen Ninja-Bären wohnen. Ein Wölfchen wieder mal. Total super Sprung-LKW. Er hat super Flugeigenschaften. So, hier müsste man eigentlich schon auf die ersten Bären stoßen. Ein schöner Blick in den Wald. Ach, die Farbe. Ui. Uns fehlen natürlich auch Kugeln. Also, im Moment haben wir noch genug. Aber... So, der Herr Bär ist getriggert. Na, Herr Bär. Ist der tot? Er ist nicht tot. Aber er kommt auch nicht. Okay. Was ist mit dem Bären? Der kommt wieder. So, schön nachladen. Und jetzt... Was ist mit dem Bären da? Er hat doch auch keine Lust mehr zu sterben, oder? Herr Bär? Steht er sich tot, oder ist er es? Herr Bär? Der vibriert. Er ist tot. Dabei wollte man nur spielen mit ihm. Das Fleisch findet man nie wieder. So, schauen wir mal. Nö, findet man nie wieder. Der schöne Fleisch. Hm. Irgendwann wird es wieder durch die Äste durchlugen. Dann werden wir es finden. Oder? Ja, so werden wir das machen. Will ich jetzt eine Stunde das Fleisch suchen? Nö. Also, Ingame-Stunde. Nö. Schieße ich mir einen frischen. So. Türe auf. Fleisch ein. So. Da. In Wirklichkeit wollen wir eigentlich nur 300 haben für die Automatisierung. So. Ach, lassen wir gleich offen. So. Gut geladen. So, wir schauen später noch einmal da ja sowieso vorbei, ob wir noch irgendwo Bärenfleisch liegen sehen. War an sich. Ja, klar. War ja klar. Oh, wir haben nur einen Bären gefunden. Wie bedauerlich. Also, einen Bären häuten können. Mitnehmen können. Da, 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 da. Da, da. Und da ist auch noch einer. So. Na, komm her, Bia. So. So. Jetzt haben wir einen anderen. Wieder eine Kugel zu viel, aber das ist okay. In dem Fall ist es okay. Nicht mit Kugeln geizen. So. Einmal angeschossen. Vielleicht machen wir jetzt noch ein zweites Mal. Super. So. Und jetzt. Da ist er. Super. Genau vor das Auto gelegt. Wunderbar. So. Dann häuten wir dich mal. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Dann haben wir ihn hier. Ah, super. Das entschädigt für den einen verlorenen Bären. Man kriegt zwei geholt. So. Und jetzt muss ich das mit 300 eigentlich ausgehen? Denke ich mal. Schauen wir mal. So. Super. Tür zu. Jetzt fahren wir. Fahren wir euch ein Gnaden. Ah, schön. Ja, vom Tank her ist das auch noch ganz gut, was der Wagen da hat. Alles gut. Da, 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 da. Das Ray. Wir lassen es mal. Wir lassen das Ray mal. So. Schön um die Kurve. Schön um die Kurve. Oh. So. Letztlich haben wir einen sehr interessanten Lack ausgesucht. So. Wie geht's, junge Dame? Es tut mir kurz, es tut mir leid, wir müssen einen kurzen Schnitt setzen. Sorry für die Unterbrechung. Oh, es ist 14 Uhr. Wahnsinn. Und die Zeit läuft weiter. Ich hätte ins Hauptmenü wechseln müssen. Ach komm. Egal. Egal. So. Der EQW hängt da etwas bedenklich in der Ecke rum. Oder an der Ecke. Ja. Ist eh versichert. So. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Und natürlich die Frage, wie lange treiben wir das Ganze? Ja. Ähm. Ich möchte die Automatisierung vornehmen. Dann möchte ich die dritte Sorte Hühnerstahl bauen. Nein, ich möchte nicht alle drei upgraden auf die beste Sorte, sondern von jeder Sorte möchte ich einen haben. Und dann gibt es noch irgendetwas am Hof, das man bauen kann. Äh. Ich glaube, dass wir einen Turm haben. So. Ja. Und wenn wir das haben, dann haben wir es. So. Das war das mal so heftig saft und alles hier so grindig und voller Blut. Und, und. Eieieieiei. So. Und die Dame sitzt völlig. Ja, wahrscheinlich wird man so apathisch, wenn man da so. Ja, wahrscheinlich. Natürlich. So. Super. So was kriegen wir dafür. Junge Dame. Sehr schön. So, die 300 gehen sich raus. Da können wir nämlich vielleicht sogar noch ein Schwein kaufen. Nein, wir kaufen jetzt Futter. Oder? Für die Hühner. Für die Hühner. Oder ein Ferkel noch. Entscheidung ist gefallen. So. Und wir brauchen auch auf jeden Fall. So. Vielen Dank für deinen Einkauf. Wunderbar. Schließen. Bam. So. Dann haben wir das hier. Das hier. Das hier. Damit wir auch in Zukunft noch Spaß mit Beeren haben. So. Die drei Säcke hier. So. Und den da. Die Moneybox nehmen wir auch noch mit. Tschüss. Super. So. Türen zu. Ich finde das super. Man kann den LKW mit F so befreien ein wenig. Finde ich super. So. Aha. Und wieder mal. On the road again. Yeah. So. Ein wenig Fleisch. Wir haben wieder Futter gekauft. Wir haben. Ach super. Wir haben genug Geld, um die Automatisierung einzuleiten. Und dann schauen wir jetzt gleich, wenn wir am Hof sind. Ich meine, immerhin. Wir haben jetzt ausreichend Ferkelschweine. Und wir haben alle Kühe, die man haben kann. Derzeit zumindest. Yeah. Okay. Da müssen wir den Wald wegnehmen. Nein. 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 Den Weg nehmen wir nimmer. So. Ja. Aber gleich sind wir durch. Am Anfang tut es ein wenig weh. Aber irgendwann hat man so viele Kratzer am LKW. Dann ist es egal. Nein. Super. Dann stellen wir ihn da ab. Wunderbar. Ein bisschen Futter für die Hühner. So. Nämlich hier. Wunderbar. Das können wir auch gleich wegräumen. Würde man schon davor stehen. So. Dann haben wir den Sack hier. So ist ja zu. Wir haben ein totes Huhn. Wow. Wie viele Hühner da jetzt schon drin sind. Ach komm. Da muss man schnell sein, wenn man den Hühnerdreck aufheben will. Wahnsinn. Riesenhühnerdrecksdinger. Ich will einfach den. Komm. Lasst mich doch in Ruhe. So. Dann haben wir hier noch der letzte Sack. Den füllen wir da auch ein. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Super. So meine Lieben. Und jetzt geht es aber auch los, oder? Heute gedrückt. Wahnsinn. 300 Dollar. Einfach so mit einem Mausklick erledigt. So. Dann machen wir die Tür wieder zu. Und jetzt schauen wir da mal in diese. Oh ja. Alles voll mit Wasser und mit. Oh. Wie cool. Sehr gut. Glückliche Schweine. glückliche Kühe. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Die sind nicht wirklich glücklich. Sie sind in Gefangenschaft. Ja, aber in schöner Gefangenschaft. Wo ist denn der Korb? Dann nehmen wir ein paar Eier mit. Morgen werden wir melken. Da noch was. Ja, ja, ja. Reg dich auf. Reg dich auf, kleines Huhn. Das ist gar kein Hühnerdreck. So, wow. So, jetzt werden wir dann das Experiment auch noch machen. Wir lassen die Eier wieder in den Korb und schauen, ob sie wieder despawnen. Diesmal legen wir es aber auf die kleine Ladefläche, also auf die Ladefläche vom kleinen Wagen. So, und stellen es dort ab. Und morgen in der Früh müssten sie ja eigentlich weg sein, weil sie ja immer despawnen dann. Also immer. Manchmal eben nicht. Und ich möchte versuchen herauszufinden, woran es denn liegt. gut. So, da drauf kommt er. Eier sind drin. Super. So, und jetzt schauen wir, was wir noch bauen können. So, da gehen wir mal rein. Nö, du bleibst auch drin. Ja, kannst gleich wieder umdrehen, mein Dicker. Oh, den kann man echt schon töten. Den kann man bald schon töten. So, Hämmerchen. Sehen wir da irgendwas? Nö, Schäune dürfte echt fertig sein. Absolut. So, da ist auch alles. Super. So, dann hier. Genau, hier kommt noch der Hühnerstall. Den schauen wir uns dann gleich an. So, und da ist aber alles fertig. Kann man hier? Da kann man ja noch mehr. Drücken Sie. 125 und nochmal ausbauen. Okay, also 125. Und hier bräuchten wir dann den, nein, kleinen. Also den kleinen haben wir nicht. Wir haben ja den mittleren. Und den kleinen will ich jetzt nicht extra noch. Nein. So, den haben wir auch. Das ist der da drüben. Und dann der. 750. Oh, der Luxushühnerstall. So, das heißt hier 125. Also knapp 1000. Wow. Okay. So, und dann schauen wir gleich mal. Weil da kann man, glaube ich, noch einen Tourarm bauen. So, einen Radioturm. So, macht Sinn, wenn man überall Radio hören will. Wir haben den Radio jetzt nicht wirklich oft benutzt. Nein, wegen Copyright. So, schauen wir mal da rein. Turm. Ein Tourarm. 250. Der Vorteil. Aber für uns wäre, dann sind wir echt weit, weil der Turm hat eine super Reichweite. So, super. Also so 1250. Dann würde ich mal sagen, haben wir alles gemacht, was man machen kann. Kann, will und soll. Die Tür ist offen. Immer noch Wasser für die Tierchen. Der ist ja auch leer. Der ist ja auch leer. Nö, ist nicht leer. So, vor allem da im Regen würde sich eigentlich eh selber füllen. Aber ja, 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 ja. So. Nehmen wir mal den mit. Komm, haben wir mal Wasser in der Hand? Ist das Ding leer? Ist doch faszinierend. So. Jetzt sollte er ausgeschüttet sein. So. Steigt das Wasser, ja. Ein bisschen Wasser ist ja noch drin. Mit seinem Wasserkanister könnte man dann auch echt schon bald mal irgendwie, oder? Das wäre gut. Das wäre gut. Gut. Wäre das gut. Sag mal, liegt ein Ei da? Wo die überall ihre Eier liegen lassen. Tatsächlich. So, jetzt ist aber leer. So, dann bringen wir das auch noch rüber. Sehr interessante Farbe. Und füllen dieses letzte Wasser. Da ist das Wasser drin. Füllen wir diesen Hühnern ein. So, super. Oh, ist das dunkel. Noch nicht mal acht. Und es ist finster wie in einem... Naja. So. Der ist leer. Den werden wir verkaufen. Ich glaube, der kriegt man zwei Dollar oder so dafür. Das ist gut. Das klingt eher nach Einsatz. Aber es ist okay. Oh, wie schön. So, meine Lieben. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.